So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute wieder GTA Online. Wir machen mal Rennstunt. Mal gucken. Super Sportwagen, das sieht schon mal gut aus. Und weil es wurde sich GTA gewünscht nach dem letzten GTA Video, ich weiß gar nicht mehr was das war. Ach, wo ich das Auto gewonnen habe. Und ja, das Auto ist nicht schlecht, habe ich das herausgefunden. So, ich nehme natürlich das. Welches Outfit nehme ich denn mal? Ich nehme eins von meinen. Entweder den, das Metro-Outfit oder den freien Modus. Ich nehme freien Modus. Bestätigen. Gucken wir uns mal die Leute an. Gott, wie sehen die aus? Das sieht doch noch halbwegs normal aus, die Ohne. Das gibt mir schon so eine Kreation. Naja. So. Es geht halter los. Oh, kein Kontakt. Das ist gut. Ich will nur mal sagen, das Auto, was ich hier habe, das ist, ich glaube, das zweitschnellste. Aus ist gut. Also es ist ein ganzes Teuerste. Kai hat das Teuerste. Warte mal, ich muss mich auf. So. Es ist nicht ganz so laut. Ah, jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Obwohl, ne. Es geht. Ah, ich bin nicht der Beste. Durch diese ganzen Motorengeräusche höre ich mich für mich selber nicht. Da muss ich erst mal hier im Audio-Unterface das Toiletei ran machen. So. Oh, die sind übrigens. Ich will mich ja nicht verkacken, ehrlich gesagt. Das wird nicht meine beste Runde. Ich gewinne nicht oft. Ich hoffe, wie viel Zeit ist mir. Ich habe die Runde hier zum Beispiel schon 3000 Mal gespielt. Also das Rennen. Ich glaube, hier war es ganz hinterhältig. Ist es irgendwie noch drin. Ah, hier, genau. So. Das habe ich hier. Das ist mein ganzes Auto. So ist es leise. Und wenn ich im nächsten Rubin geduscht, also im nächsten Aufstieg. Ich habe länger kein GDA mehr aufgenommen. Ah, ich sorge mich auch selber richtig. Das ist gut. Ich weiß nicht. Es hieß ja mal, dass ich mit... Also, was heißt es hieß mal? Ich wollte ja mal mit Kai... Mit Kai... Äh... Aufnahme machen. Das hat gesagt, wir wollten miteinander Aufnahmen machen. Aber irgendwie ist es nichts geworden. Wenn man uns GDA mehr aggressiv gemacht hat, wie... Was mir uns Spaß gemacht hat. Weil GDA kann manchmal schon nerven. Gerade wieder in die Runde reingekommen. Also hier in... Ins... Ins Fallspiel. Und... Ja. War wieder Motor drin. Ist GDA gecrashed. Ist mir wieder... In Offline gegangen. Muss wieder in Online sich einloggen. Dann brauchst du immer ewig, bis man drin ist. Seit GDA, ne? Wo ist hier? Der Rucksack. Ja, ich bremse auch immer mal. Soll ich den Koffe oder ich gehe zumindest vom Gas? Wenigstens kein Kontakt. Ach, scheiße. Das ist wirklich meine beste Runde. Wir machen... Hangflash noch eine zweite. Mal ran. Schöne gerade die ganze Zeit draußen knacken irgendwas. Runde zwei von drei. Ach, das ist Feuerwerk. Jetzt merke ich's erst. Heute ist der Schulanfang. Scheiße, ich gewohnt. Wir haben... Also wir haben kein altes Haus. Wir haben aber ein Haus, das wieder älter gebaut ist. Das ist jetzt zehn Jahre alt. Genauso gar zehn Jahre alt. Das ist aber viel aus Holz. Und wenn der Wind geht, dann tut das ganze... ...Gepäck überall... ...knacken. Ich dachte, das Knacken hier dabei, wenn da draußen Wind geht. Ne, es ist Feuerwerk. Das ist nämlich... Das ist nämlich Schulanfang. Im heutigen Tag. Und ja, ich komm jetzt in der ersten Klasse. Ne, ich bin schon... Ich bin schon achter Klasse. Keine Sorge. Sind wir wirklich dritter? Uh! Boah, Alter, souverän. Habt ihr's gesehen? Normalerweise bleibt man in diesem komischen Vorsprung. ...Gepäckchen. Wieso ist der besser? Mein Auto ist voll aufgetünt. Der hat dasselbe wie ich. Ich will nicht vierter gern. Oh, Alter. Ach, dadurch übelst ausgebremst. Hier gibt's auch so'n Trick. Da kann man so bloß seitlich langen vorn. Ah! Alles gewollt. Alles gewollt. Das ist schon wieder beleise alles hier. So. So, ich mich noch lauter. Normalerweise hab ich die Funktion im Audio-Interface nie drin, dass ich mich selber höre. Aber gerade brauche ich das, weil ich sonst mir... Weil ich sonst... ...noch mehr Scheiße erzähle wie sonst. Ach, es wird Zeit, dass ich das Minecraft-Lestplay mal wieder ausgrab. Da hab ich nur Scheiße erzählt. Beziehungsweise, es wird noch mal Scheiße werden. Oh, fuck. Nein. Mann, wo? Ich würde zu blöd bin zum Auto vornen. Ist ja wie in echt. Das Auto ist ja super praktisch. Ich hab das ja... Das Auto ist ja meine. Das hab ich ja gekauft. Ne? Das hab ich ja im freien Spiel auch. Und es ist schön schnell. Aber wo kannst denn du schnell fahren? Auf der Autobahn, da tust du sie so ganz selten und her. Es ist... Ein schnelles Auto, aber es ist nicht schön. Es gibt schönere. Das möchte ich meinen Dominator. Den vielleicht viele schon kennen. Der auch komplett aufgetunt ist. Ein geklautes Auto. Was ich mir immer mal geklaut hab, was ich voll aufgetunt hab. Uh, Platz 3. Das sind eh nicht stimmt. Ich hab diesen komischen Looping hier. Einfach ganz laut. Ich hoffe, man wird das in der Aufnahme. Ich denke nicht. Ich werde da noch ein bisschen Musik unterspielen. Bestimmt wieder aus der... Ähm... Let's Play Minecraft Playlist. So wie ich das unter jedem Format oder unter jedem Video mach. Uh, das war grad geil. Das war mit Absicht, ne? Ah, jetzt bin ich fünfter. Wo kommt denn der Herr? Und den Ruhn bin ich schon mal gut. Aber ich seh das besser. So, diesmal gerade. Ich mag dieses Ruhn. Dieses Ruhn. Auhn. Ha! Ich denke, es ist zu spät für so schlechten Witze. Es ist schon... Oh Gott, es ist ja schon viertel zehn. Viertel zehn. Abends. Ich fühle's. Scheiße, so die letzte Runde hier. Oh. Ja, 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 ja. Ah, jetzt hab ich wertvolle Zeit. Durch mein tolles Driften, weil ich gerade... Nein! Ah! Hab ich's geschafft? Welcher Platz bin ich? Oh, das war grad so knapp. 269 FPS steht gerade bei mir oben links und rechts. Ihr habt Black Screen. Ah, ja, ja. Interessant. Eigentlich wär's doch cool, wenn man mal sehen wird. Also, wenn man... Du... Ah, fünfter. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab da wärstens vierter gewesen. Ich guck dann nochmal später, wenn der Aufnahme fertig ist. Ach, null Rustenpunkte. Mann. Affe. Stimmt. Da hat er schon ein höheres Level. Mann. Boah, ich hab doch auch Russlandpunkte bekommen. Alter. Das hat man grad voll gehört. Ja, mein Nachbar hat Schuleinfang. Der Arsch. Doppel-Doping. Ich hab mich heute gestört, mein Nachbarn. Ich hab doch heute... Wir haben doch heute Silo gemacht. Und... Und... Das haben wir natürlich gleich euch ja alles hertransportiert. Ich mein, das waren nur drei Hängerleitungen. Aber wie ich da nur vor... Großen Gang rein. Und dann... Äh... Und... Alle anderen auch... Sehr... Äh... Musterhaft gekleidet. Zum Schulanfang. Und... Ich. Kurze Arbeitshosen. Ein T-Shirt. Was passt. Also das Dreckgeschossen nicht unbedingt. Also das hab ich... Das... Es sieht glatt aus. Guck mal, seh ich das eigentlich. Normale Schuhe. Huch. Entschuldigung. Mikrofon. Ähm... Und... Ja. Im Traktor. Irgendwo auch noch mit dabei. Aber da sieht er aus, wie arbeiten. Da ist er mit der zweiten Maschine gefahren. Ja. Naja. Er wird merken, mein Nachbar, dass die Schule doch nicht ganz so krass ist, wie... Wie sind wir alle dann behaupten in dem Moment? Eigentlich ist es pure Verarsche. Es wird was gefeiert. Also es ist wie wenn du eine Darmspiegelung feierst, so ungefähr. Denke ich. Also ich hab Schule nicht gemacht. Also ich mag sie auch jetzt noch nicht. Berufsschule ist wieder ein bisschen was anderes. Das ist meiner Meinung nach... Besser. Es ist geiler. Es ist nicht... Es ist entspannter. Kommt der Lehrer frühst um 8 rein? Ach, es ist ja schon um 8. Ach, heute machen wir nicht mehr. Ja, freier Modus. Und wir können ja mal... Es könnte auch im Haus sein, so wie es klingt. Das Knallen. Wir hatten gerade gewonnen. Der hatte gerade gewonnen. Wir werden mal 200. Diese Gestalt, Alter. Ich weiß jetzt, was es Samtnir ist. Wieder kein Kontakt. Das ist total uninteressant. Wetter abgesagt. Worum das denn? Mann, warum vorne denn alle hier lang? Was sind denn das für Affen? Was sind denn das für welche? Ach, weil sie wissen, dass das hier scheiße ist, oder wie? Sag mal, die können das doch nicht schon so oft gespielt haben, dass sie wissen, dass die rüberspringen können. Das ist doch gut. Ich habe die Map auch schon mal gespielt, glaube ich zumindest. Ich kann mich nicht an sowas erinnern. Das Video wird ja auch wieder in 1440p sein. Denke ich. Das war als Test. Ob es nur gesperrter ist. Das sehe ich nämlich jetzt anhand von dem GTA-Video hier. Weil ich ja in diesem hessischen Tunnel ist hier vor. Also gerade nicht, aber vor uns in dem Tunnel. Dort hinten sieht man es ja rechts, also diese Rohre. Und da sieht man es immer so schön. Als es übelst flackert. Sag mal jetzt nicht, ich habe ein Waypoint verpasst. 13er. Ich habe ein Waypoint verpasst. Ich fasse es nicht, weil ich drüber gesprungen bin. Das ist doch nicht schön. Oh, jetzt bin ich 15er. Ach, das ist nicht der Ernst. Was ist denn das für ein Spiel? Irgendwo verfolgt mich gerade das Pech. Weil ich drüber gesprungen bin. Da springt doch wieder drüber. Warum ist da drüber gesprungen? Das ist es doch gerade nicht. Sag mal, wir sehen, dass das Auto zu overpowered ist. Es rutscht ja auch noch. Geh mal, komm. Ich habe schon mit dem Dominator gefahren. Da geht leider nicht. Es gehen ja nur solche übelstens super Sportautos hier, wie das zum Beispiel. Es gehen ja keine normalen Autos. Deswegen habe ich mir den hauptsächlich gekauft, dass ich auch mal viel Erfolg habe. Dass ich auch mal gewinnen kann. Sieht man ja gerade. Unten steht 15er. Ich gewinne auch manchmal. Ich bin doch nicht der Letzte. Weil ich so ein Affe noch im Ziel steht. Ich wünsche den Scheißerei und kurz Beine. Oh, 14er. Wow. Wird auch noch Bug sein. Ah, jetzt ist es 13er. Du darfst ihn nicht mehr auch nehmen. Du gibst, der Ender noch schlechter ist wie ich. Mein Beileid. Schon hier springt das so übelst weit. Ich bin ja schneller wie die anderen. Das ist ja das Problem. Das ist mein fucking Problem. Ha, ha, ha. So, ist hier noch ein bisschen rum. Es wurde schon ein. 13 da. Oh man, ich bin level wie, wie viel? 124. Ich sollte das Spiel. Guck, jetzt macht das. Ich sollte das Spiel langsam beherrschen. Denkt man. Wie lange hast du das Spiel? Wie lange hast du das Spiel? Drei Jahre. Mindestens. Das sind drei Jahre. Das könnten dieses Jahr drei Jahre werden. Alter. Das habe ich schon mal geschenkt bekommen, das Spiel. Wenn ich damals noch nicht 18 war. Oh, Wunder. Bin ich heißer nicht. Ich bin ja fast 12. Hört mal ja. Denke ich. Ich bin fast 12. Ah. Oh. Weil ich wieder nicht aufpasse. Verliere ich wieder. Ach, ich bin wieder 14. Es sind wahrscheinlich nur 15 Leute gerade noch drin. Und der, der nachbekommt, steht immer noch im Ziel. Guck, da ist er wieder der weiße Affe. Zum Glück verkackt, ja. Oder Dummes. Wow, da bin ich wenigstens 13. Wenigstens ein Trost. Guck, da sind ich. Ach, nee, so nächstes Ziel. Wie viele Runden sind es die? Ach, jetzt drei von drei. Na, da habe ich mir versehen. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein einziges. Ich denke es eher nicht, aber. Wenn ich vor mich gucke. Oh, nein. Ja, das wäre ich ja mit dem Fahrrad schon immer gewesen. Das berühmte DDR-Klapprad. Mit kaputten Tretlager und vorne hinten einen Platten. Mit einer zweiten Person hinten auf dem Gepäckträger. Weil man so arm ist. Man hat ihn ja nicht, ne? Oh, er hat sogar. Alter, das war ja gerade sehr. Also, ich soll. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist irgendwie ausgelegt für solche 0815 Miet-Leasing-Wagen. Aber nicht für, für mein übelstes Kack-Auto hier. So, jetzt holen wir mal wieder ein paar ein. Was, was? 15 Sekunden. So. So. Bats. Mann. Das stört mich schon wieder ein wenig. Manchmal gewinne ich. Das speichere ich dann immer mit Shadowplay ab. Und lasse dann auf YouTube hoch. Hab das gerade gesehen. Das andere Leute so richtig neidisch werden. Oh, da gewinne ich den ganzen Tag. Ne, ne. Ich gewinne nicht den ganzen Tag. Oh, ne. Es geht auch noch ne Zeit los. Ich muss auch mal beeilen, würde ich sagen. Leute, das wird knapp. Das wird... Das schaffe ich nie. Das schaffe ich noch nicht mal. Das sind das so asozial. Ich seh's Ziel dort hinten. Ich schaff's nie. Hier, schaffe ich nie. Doch, schaffe ich nie. Schaffe ich nie. Oh, das ist doch zum Kotzen. Hängen wir noch ne Runde ran? Ne, mach ich nie. Obwohl, doch. Wir hängen noch ne Runde ran. Die sehen wir in der nächsten Folge. Hahaha. Mach ich zwei Folgen draus. Hat mir ne gefallen. Gefällt schlecht. So. Krücke. Der Dorn ist hart. Ja. Das ist hart. I got it. Ja, sei ruhig. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.